Magdala ist eine Landstadt im mittleren Thüringen zwischen Weimar im Westen und Jena im Osten. Sie liegt an der Magde im Süden des Landkreises Weimarer Land und ist Teil der Verwaltungsgemeinschaft Mellingen. Ortsteile sind Göttern, Maina und Ortstedt. Geografie Magdala liegt im Magdala-Graben, der die geologische Formation der Ilmsale-Platte in herzynischer Richtung teilt, in etwa 280 Metern Höhe. Entlang des Grabens erstreckt sich von Süden nach Nordwesten das Tal der Magde eines Nebenflusses der Ilm. Westlich liegt der 496 Meter hohe Keitsch und östlich der 422 Meter hohe Kopernzerberg. Weimar liegt etwa 12 Kilometer nordwestlich, Jena etwa 10 Kilometer östlich. Die Ortsteile Ottstedt und Maina liegen westlich der Stadt Maina bereits auf der anderen Seite der Bundesautobahn 4. Während das Dorf Göttern südöstlich von Magdala liegt. Weitere Nachbarorte sind Kleinschwabhausen und Delbritschen im Nordosten sowie das zu Blankenheim gehörende Niedersünderstädt im Süden. Geschichte Magdala wurde im Jahr 874 erstmals als Madaha urkundlich erwähnt. Folgend wechselte der Name über Madhle, 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 Madhle zu Magdala. Die Gebrüder Alexander und Dietrich von Magdala waren Versallen der Grafen von Norlamünde und saßen in der Wasserburg Magdala. Die Burg lag an der Nordostecke der Altstadt in der Niederung der Magdala. Später 1395 aber erst 1445 übten die Wettiner die Lehnshoheit aus. 1450 wurde die Stadt teilweise und 1452 die Burg im Sächsischen Bruderkrieg zerstört. Heute sind nur noch Mauerreste und der umlaufende Graben vorhanden. Um 1284 erhielt der Ort durch die Grafen von Norlamünde Stadtrechte. Nach den Zerstörungen im Sächsischen Bruderkrieg verlor an die Stadt an Bedeutung. Zwischen 1535 und 1545 wurde die Stadt evangelisch. Das Rathaus, ein Wahrzeichen der Stadt, stammt aus dem Jahr 1571. Die Jahreszahl ist über dem ehemaligen Eingangsportal im Renaissance-Stil eingemeißelt. Die alten Grundmauern von 1570 deuten auf ein Gebäude hin, dessen Errichtung mit der Stadtgründung 1288 zusammenfällt. Im Jahre 1849 brannten das Rathaus und Teile der Innenstadt ab. Die starken Rathausmauern blieben jedoch stehen und geben dem 1850 errichteten Neubau sein heutiges Aussehen. Eine Überschwemmung im Jahr 1613 tötete viele Bürger Magdalas. Magdala war 1664 von Hexenverfolgung betroffen. Die lange Anna geriet unter dem Vorwurf des Drachenhaltens in einen Hexenprozess. Die Domäne mit 255 Hektar war Besitz des Großherzogtums Sachsen-Weimarer Eisenach. Sie war 1923 an Hubert Scheibe verpachtet. Es gibt keine älteren urkundlichen Erwähnungen des Baches. Alle behandeln den Ort Magdala. Der ursprüngliche Name war wohl Magdala. Denkbar wäre eine volks- etymologische Herleitung von Magdala. Der ursprüngliche Name leitet sich wohl vom althochdeutschen Magdal, dem gotischen Magdala, angelsächsischen Metel bzw. dem mittelhochdeutschen Malenherr. Beim Ort ist auch eine Ableitung vom althochdeutschen Met Met denkbar. Für die Mitte des 19. Jahrhunderts ist allerdings als Grundwort AHA belegt. Der Name wäre daher Gerichtswasser oder auch Wiesenwasser. Da eine entsprechende Benennung des Ortes unwahrscheinlich erscheint, dürfte der Bach Namensgeber für den Ort sein. Dessen Name erst später an die aus der Bibel bekannte Namensform des am See Genesaret gelegenen Migdal Magdala angeglichen wurde. Sehenswürdigkeiten Magdala verfügt über eine kleine, unregelmäßig angelegte Altstadt, was gegen eine planmäßige Stadtgründung spricht. In der Mitte liegt der kleine Marktplatz, auf dem das Rathaus steht. Der zweigeschossige Bau entstand um 1571 im Stil der Renaissance und ist von einem Turmaufbau auf dem Dach begrünt. An der Westseite ist ein stiltypisches Portal erhalten, über dem ein Wappenstein eingelassen ist. Etwas abseits des Markts auf einem Hügel am Stadtrand steht die evangelische Stadtkirche Sankt Johannes, eine gotische Hallenkirche mit Barocker, für Thüringen typischer Turmhaube. Nördlich der Altstadt im Magdeltal stand die Burg von Magdala von der Grundmauern und ein Wassergraben erhalten sind, siehe auch, Liste der Kulturdenkmale in Magdala, siehe auch, Sankt Johannes. Auf dem Friedhof erinnert ein Gemeinschaftsgrab mit Gedenkstein an sechs unbekannte Häftlinge eines Todesmarsches vom Außenlager Ordruf SII des KZ, Buchenwald, die im Frühjahr 1945 von SS-Männern ermordet wurden. Ein ähnliches Gedenken für fünf gleichfalls unbekannte und ermordete Häftlinge wurde auf dem Friedhof des Ortsteils Göttern errichtet. Politik Bürgermeister ist Mario Haskell Städtepartnerschaften Isleham Nessles Verkehr Magdala liegt direkt an der Bundesautobahn 4, an der es eine eigene Anschlussstelle besitzt. Landesstraßen verbinden die Stadt mit Weimar im Nordwesten, Bocha im Südosten, Iserstedt im Nordosten und Blankenhain im Südwesten. Der nächste Bahnhof befindet sich fünf Kilometer nördlich in Großschwabhausen an der Bahnstrecke Weimar-Jener Gehrer. Persönlichkeiten August Wilhelm Denstedt Naturwissenschaftler Arzt und Autor Zudem war er Bürgermeister in Magdala und seit 1818 wissenschaftlicher Leiter des Botanischen Gartens Belvedere in Weimar. Bernd Herzog, Fußballspieler aus Magdala, spielte für Leipziger Vereine in der DDR-Oberliga. Anton Sommer, Dichter aus Rudolstadt, arbeitete zeitweise als Hauslehrer in Magdala. Heinrich Friedrich Weber, Physiker aus Magdala, Professor an der ETH Zürich. mois von mit von mit 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 com mit mit Vielen Dank.